Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Mir kommt es immer mehr vor, dass viele Menschen heute Langeweile haben, dass sie mit sich selbst nichts mehr anfangen können, dass man möglichst viel Action haben muss im Leben, immer Menschen um sich herum haben muss, um die Zeit totzuschlagen, mit der man nichts anzufangen weiß. Bei Jesaja gibt es einen wunderschönen Vers, der uns Christen helfen kann, mit der Zeit umzugehen, wenn wir mal nicht andere um uns haben. Dort heißt es, Herr, du bist mein Gott, ich will dich rühmen und deine Namen preisen. Gott ist immer da, wir können uns an ihn wenden, mit ihm an der Seite wird unser Leben nicht nur nicht langweilig, sondern es ist reich beschenkt, denn er ist da für uns und geht mit. Auch in den Momenten, wo es vielleicht mal stiller ist, ist er da und wir können uns im Gespräch an ihn wenden, wir können uns in seiner Gegenwart aufhalten und vielleicht zu einer echten Ruhe kommen, die uns keine Langeweile schenken kann. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, mit dir an unserer Seite ist unser Leben nicht langweilig, sondern reich und schön. Führe uns heute durch diese Ruhe der Nacht und gib uns die Kraft, aus dieser Ruhe heraus zu dir zu beten, dich anzurufen und mit dir den Weg in den neuen Tag zu gehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine ruhige Nacht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!